Und weil er sich so erfolgreich gegen alle anderen Modelle von Geländewagen durchsetzte, wurde er in Erinnerung eben der Kübelwagen. Obwohl er streng genommen nicht mal ein Kübelwagen war. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten aus Stahl. Heute zwar Stahl, aber nicht wie bei uns sonst ganz oft dickes Blech, Stahlblech, sondern dünnes, sehr dünnes Stahlblech. Wir reden heute über den Kübelwagen. Und damit stellt sich gleich die erste Frage, warum reden wir in einem Panzermuseum über einen ganz normalen Pkw? Oder einen halbwegs normalen Pkw? Wir sind zwar ein Panzermuseum und eigentlich dreht sich primär alles um Panzer. Aber ein Panzer ist nie allein unterwegs. Wenn ein Panzer allein unterwegs ist, dann ist schon ziemlich viel schiefgegangen auf dem Schlachtfeld. Um Panzer herum sind jedes Mal auch jede Menge andere Kraftfahrzeuge unterwegs. Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Motorräder und so weiter und so fort. Diese sind vielleicht für sich nicht so beeindruckend wie die Stahlkolosse. Und sie stehen auch nicht im direkten Feuerkampf, obwohl sie echt oft unter Feuer sind. Aber für das Funktionieren eines Panzerverbandes sind sie unablässlich. Und deswegen verdienen sie auch die Aufmerksamkeit, wenn man sich mit der Geschichte der Panzerei beschäftigt. Also wie man Panzer benutzt. Und der Kübelwagen ist das ikonische Auto der Wehrmacht und damit der deutschen Panzerei dieser Zeit. Und deswegen gucken wir uns heute die Entstehungsgeschichte des Kübelwagens an, wie er vom Reißbrett zur Wehrmacht gekommen ist. Vorab ein paar Worte zu den Begrifflichkeiten. Heute ist nämlich ein bisschen kompliziert. Der hier besprochene Kübelwagen, auch VW 82 offiziell genannt, war die militärische Version des zivilen Volkswagens oder KDF-Wagen. Der Name KDF-Wagen war zur Zeit, wir reden über die 30er Jahre, eigentlich nur ein werberischer Name für ein Auto, das die Meisterzeit einfach Volkswagen genannt wurde. Und während für uns heute Volkswagen eine globale Marke ist, eine Firma, war der Name damals sehr viel konkreter gemeint. Volkswagen bezeichnete einerseits schon die Idee eines Volkswagens, also eines Autos, das sich das ganze Volk leisten könnte, der günstig genug sei, damit ihn sich jeder leisten könnte. Aber auch ein ganz konkretes Modell später, also das Auto, was diese Idee umsetzen sollte. So wie der Volksempfänger auch eine Idee war, ein Radio für jedermann und ein spezielles Modell. Und dieser konkrete Volkswagen, später auch KDF-Wagen genannt, war so ziemlich genau das, was nach dem Krieg als Käfer berühmt wurde. Dann aber gebaut von der Firma Volkswagen. Darauf gehen wir heute nicht ein, wie das eine zum anderen wird. Aber das erstmal so als vorab. Also wenn Sie bei den ganzen Begriffen, die gleich immer wieder fallen, Volkswagen und KDF-Wagen, im Kopf einfach so einen Käfer vom geistigen Auge haben, dann passt das. Dann haben Sie einen Begriff, auch wenn die beiden Begriffe halt durcheinander springen. Der Kübelwagen sah ganz anders aus. Aber warum, erkläre ich hier nachher gleich, das ist das Thema dieses Videos. Genau, dann kann es ja losgehen. Bevor wir uns den Kübelwagen als militärisches Produkt anschauen, müssen wir uns anschauen, wie der Volkswagen entstanden ist. Und dazu müssen wir erstmal etwas größeren Kontext schaffen, denn der Volkswagen als Modell ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Idee eines wie auch immer gearteten Volksautomobils, eines Volksautos, eines Volkswagens, also eines günstigen Autos für den Massenmarkt, wird seit den 1900er Jahren immer wieder diskutiert. Die Idee kommt immer wieder auf von ganz verschiedenen Leuten. Und dabei werden verschiedenste Konzepte debattiert, diskutiert und ausgelotet. Und eine grundsätzliche Frage dreht sich zum Beispiel darum, ob so ein Volkswagen, so ein Volksauto, eine vereinfachte Version eines bestehenden, teureren, komplizierteren Serienmodells sein kann. Oder ob es ein ganz eigenes Fahrzeug mit eigenen Kennwerten sein muss. Und die Debatte zieht sich aber immer weiter und es kommt nichts dabei raus. Also es wird viel darüber geredet, aber es kommt nicht rum. Und die Motorisierung mit Automobilen kommt in Deutschland in dieser Zeit vergleichsweise zu anderen Staaten auch insgesamt nur langsam voran. Deutschland war kein wirkliches Autoland. Der Automobilbereich war enorm ausdifferenziert. Es herrschte eine sehr große Vielfalt an Typen, an Firmen, an Modellen, die aber alle in sehr kleinen Serien produziert wurde. Die Produktion in kleinen Serien schien den Firmen damals für den deutschen Markt die passendste Form zu sein. Die Massenproduktion nach amerikanischem Vorbild hatte man im Blick, hat man sich angeguckt, hat man diskutiert. Aber man sah sie zumeist als ökonomisch, übrigens auch ökologisch, nicht anwendbar für Deutschland. Und das Resultat war dann deutlich. Daimler baute 1921 in einem Jahr nicht so viele Autos wie fort an einem Tag. Und dementsprechend waren Automobile in der deutschen Gesellschaft auch weniger weit verbreitet. 1938 beispielsweise kam auf 19 Personen ein Kraftwagen in Frankreich. In Deutschland kam auf 44 Personen ein Kraftwagen. Deutschland war zu der Zeit, das ist heute oft vergessen, vor allen Dingen ein Motorradland. Von 4 Millionen Kraftfahrzeugen allgemein, die 1939 durch das Deutsche Reich brummen, sind nur 1,5 Millionen Pkw. Der Rest sind Lkw, die Firmen gehören, aber auch vor allem eben Motorräder, die der privaten Reise, der privaten Bewegung dienen. Also soviel zum allgemeinen Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund betrachtet, ist für die Autobauer der 1930er ein massentauglicher Kleinwagen immer noch kein Prioritätsprojekt. Also da man Massenproduktion, also Großserienproduktion für nicht wirklich ökonomisch tragbar hielt, weil Motorräder sich super verkauften, weil man sein Segment hatte mit den teuren, größeren Modellen, war das für die ganzen Firmen nicht wirklich spannend ökonomisch. Es gab durchaus Entwickler, die sich daran machten, originelle Entwürfe für den deutschen Markt zu konstruieren, für einen Volkswagen, weil diese Idee eben im Raum steht. Aber keine Firma sieht wirklich die Möglichkeit, Gewinne damit zu bewirtschaften und keine Firma sieht sich bereit, dann wirklich diese Ideen umzusetzen. Und Porsche, Ferdinand Porsche, äußert sich in dieser Debatte immer wieder. Der sagt da ganz viele Sachen zu, schreibt auch Dinge zur Idee eines Volkswagens, also lange vor der Übernahme oder der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Das ist eine ganz wichtige Sache. Er war durchaus ein begabter Konstrukteur, wenn auch, also er hat auch sozusagen als Konstrukteur einige Schwächen. Aber er hat sich konstruktiv zur Idee eines Volkswagens geäußert und das tat er lange vor den Nationalsozialisten als einer von mehreren. Das ist erstmal als Prämisse wichtig, weil die Erzählung oft anders ist, dass ihm der Vortrag sozusagen oder der Auftrag für einen Volkswagen sozusagen von Hitler vor die Füße geklatscht worden sei. So war es nicht. Weil er einer von mehreren war, gilt, Zitat, der Volkswagen besaß viele Ideengeber. Doch keiner dieser verdienten Pioniere war in der Lage, den entscheidenden Schritt von der Konstruktion zur Produktionsreife zu bewältigen. Zitat Ende. Porsche versuchte durchaus immer wieder, diesen entscheidenden Schritt zu machen, also eine Konstruktion bis zur Produktionsreife, bis zur Serienproduktion zu bringen. Zweimal ist es fast gelungen. 1931 wird er von der Firma Zündapp angestellt, er wird sich mit ihr einig. Na, angestellt ist falsch. Zündapp erteilt seiner GmbH den Auftrag, einen Kleinwagen mit Eckdaten, die dem späteren Volkswagen sehr ähneln, zur Serienreife zu bringen. Und der Grund war, dass durch die Wirtschaftskrise Zündapps Kerngeschäft, nämlich die Motorräder, eingebrochen waren und sie jetzt nach Alternativen suchten. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstehen noch drei Prototypen, aber die Motorradkonjunktur erholt sich. Und Zündapp bricht dieses Versuchsprojekt ab, um sich auf den vertrauten Markt zu konzentrieren. Kann man verstehen. Interessante Idee, aber wenn es eben nicht dann sozusagen der Volkswagen geworden wäre, wie man heute kennt, sondern ein Zündapp-Volkswagen. 1933 passiert das gleiche Spiel nochmal mit NSU, auch einer Motorradfirma. Und auch diese Motorradfirma interessiert sich für einen Kleinwagen, weil ihr Markt nicht so richtig funktioniert. Auch sie heuern Porsche an. Auch hier entstehen wieder drei Prototypen. Aus dem gleichen Grund wird aber wieder nichts daraus. Der Markt für NSU, die Marktanteile erholen sich und sie geben das Projekt auf. Es ist aber schon spannend, dass beide Male Motorradfirmen versuchen, mit Porsche einen günstigen Kleinwagen in die Welt zu bringen. Also Firmen, die sowieso die ohnehin finanziell schmale aufgestellte Zielgruppe im Blick haben. Es sind also nicht die großen deutschen Autofirmen, die das versuchen, die weiter mit ihren schweren, teuren, komplizierten Wagen sich an die Gutverdienenden richten. Die machen kein neues Segment auf. Und weil das so ist, wechselt Porsche, genervt die Perspektive. Also er ist genervt und deswegen wechselt er die Perspektive. Und statt weiter auf eine Kooperation mit Industrie und Wirtschaft zu setzen, also er hat, das muss man vielleicht mal klären, er hat zu der Zeit ein Konstruktionsbüro. Er hat noch keine Firma, er hat noch keine Hallen, keine Werke, nichts Porsche als Marke gibt es in der Form noch nicht als Autobauermarke, sondern er ist ein Konstruktionsbüro. Er ist ein Konstrukteur und hat Angestellte, die mit ihm zusammenarbeiten. So, also weil er jetzt zweimal bei großen Baufirmen, in dem Fall Motorradbaufirmen, auf die Nase gefallen ist, sagt er, ich mache das jetzt irgendwie anders und setzt auf die Industrie, statt auf die Industrie, nun auf die Politik. Auf die Politik und die Verwaltung, um genau zu sein. Am 17. Januar 1934, also fast genau ein Jahr nach der Machtübernahme durch Hitler und die Nationalsozialisten, richtet die Firma Porsche ein Schreiben an das Reichsverkehrsministerium, in dem die Idee von Porsche, einen massentauglichen Kleinwagen zu bauen, skizziert wird mit Kennwerten, Ideen und so weiter und so fort. Die Idee, die er zur administrativen Umsetzung hat, ist hochgradig extravagant. Porsche schlägt vor, dass er mit seinem Büro die alleinige Hoheit über das gesamte Projekt haben solle, von Anfang bis Ende. Aber das finanzielle Risiko sollte komplett beim Start liegen. Und das bei einem technisch höchst anspruchsvollen Projekt. Denn Porsche gehörte zu den Leuten, die gesagt haben, ein Volkswagen muss ein neuer Entwurf sein. Und damit der neue Entwurf sich auch wirklich verkauft, also eine niedrige Schallgrenze beim Preis eingehalten werden kann, mussten einige Sachen neu gedacht werden. Das ist also ein Pionierprojekt. Normalerweise hätte kein Ministerium dieser Idee nachgegeben. Nicht im Kaiserreich, in der Weimarer Republik nicht und auch heute wird das nicht passieren. Also wenn jemand ankommt und sagt, ich habe diese Idee, ich will alles eigenverantwortlich machen und ihr bezahlt den ganzen Kram und müsst das Risiko tragen, das macht kein Ministerium mit. Allerdings war der NS-Staat von Anfang an anders. Und zwar sowohl im eigenen Anspruch an sich selbst, als auch in der täglichen Praxis. Man nennt das die Dualität aus Maßnahmenstaat und Normenstaat. Also sie haben weiterhin die alten Normen, sie haben Ministerien und Staatssekretäre und Verwaltungsvorgänge. Aber es können noch immer Maßnahmen getroffen werden, also Dinge, die an der Verwaltung vorbeilaufen. Und diese Idee und die Praxis, mit Maßnahmen an den etablierten Normen vorbeizuarbeiten, war früh ein Charakteristikum dieses Systems. Und darauf setzt Porsche jetzt. Porsche setzt darauf, dass das neue Regime die Wege schon irgendwie freimachen würde, wenn er nur bei den richtigen Leuten Gehör fände. Und Porsches großes Glück war, dass Hitler persönlich das Projekt der Massenmotorisierung, also der Motorisierung des Volkes, vorantreiben wollte. Er forcierte dieses Ziel vorbei an allen etablierten Verwaltungsstrukturen. Also da kommt diese Idee des Führerstaates durch. Er macht das einfach, egal was die Ministerien sagen. Am 7. März 1934 sprach er nämlich bei der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung darüber, dass es eine Volksmobilisierung, eine Volksmotorisierung geben müsse. Und er fordert die Industrie auf in der Rede, einen bezahlbaren, hochwertigen Kleinwagen zu schaffen. Also das meint ganz eindeutig ein neues Auto, kein reduziertes Serienauto. Und bereits ungefähr eine Woche später, oder anderthalb bis zwei Wochen später, Mitte März 1934 besprechen Porsche und Hitler schon recht genau die Spezifikationen eines solchen Wagens. Hintergrund, wie Porsche zu Hitler gekommen ist, ist jetzt nicht so wichtig. So viel sei verraten. Es gab eine alte Verbindung über Daimler-Benz, wo Porsche mal gearbeitet hat. Und ein Mensch bei Daimler, der für Hitler jemanden suchen sollte, der das kannte, Porsche noch, obwohl der nicht mehr bei Daimler war. Und so kam das dann zusammen. Und das ist genau das Treffen, von dem man oft hört, dass Porsche an dieser Stelle von Hitler die Idee des Volkswagens bekommen hätte, den Auftrag bekommen hätte. Also hier, baue mir einen Volkswagen mit den und den Maßgaben, hau rein. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass das nicht so war. Porsche hatte sich schon öfter geäußert. Und die konkreten Ideen von Porsche, seine Überlegungen zu einem Volksauto, trafen hier auf Hitlers die Idee der Volksmotorisierung. Und das passte gut zusammen. Aber, für unser Thema heute wichtig, Hitler lässt in dieser Besprechung in der Tat etwas wirklich Entscheidendes für die künftige Konstruktion einfließen. Er ließ nämlich, Zitat, Also für uns ganz wichtig, der Volkswagen, wir nennen ihn jetzt mal so, also die Idee eines Volksautos, aber jetzt schon konkretisiert durch Hitler und Porsche als ein Volkswagen, der künftige Volkswagen, ist also von Anfang an auch immer mit als Militärfahrzeug gedacht worden, immer mit einer militärischen Nutzung gedacht worden. Hieraus leitet sich zum Beispiel ganz konkret die Forderung Hitlers und die spätere Umsetzung nach einem luftgekühlten Motor ab. Denn Hitler verweist im Gespräch ausdrücklich auf seine eigene Erfahrung als Soldat an der Westfront des Ersten Weltkrieges. Und er betont, dass es immer schwer gewesen sei, das Kühlwasser für die schweren MGs nach vorne zu bringen. Also Sie erinnern sich, das MG08 hat ja diesen riesigen dicken Kühlmantel und der ist mit Wasser gefüllt und dieses Wasser muss nach vorne gebracht werden, damit das MG weiterschießen kann, damit es gekühlt werden kann. Und wenn dieser Mantel getroffen wird und das Wasser ausläuft, dann wird das MG zu schnell heiß. Also das war wassergekühlt. Und diese Erfahrung, das Wasser nach vorne schleppen zu müssen und wie schwierig das war und gleichzeitig wie wichtig, das hat halt viele Leute geprägt. Und deswegen sagt Hitler aus seiner Erfahrung als Frontsoldat heraus, er will ein luftgekühltes Fahrzeug. Denn ein luftgekühltes Fahrzeug sei ja nicht auf Kühlwasser angewiesen und somit weniger von der Versorgung abhängig und es sei unter Beschuss widerstandsfähiger, weil natürlich ein Motor zerschossen werden kann, aber kein Treffer im Kühlwasserkreislauf entstehen kann, der sozusagen das Auto da ausnockt. So, witzig übrigens, Porsche geht hin und will mit einer staatlichen Alimentierung dieses Projekt machen, indem er die Industrie rauskickt und Hitler geht hin und sagt, du machst das, aber die Industrie trägt für uns die Kosten und das Risiko. Also eine wirtschaftspolitisch komplett Frontumkehrung in diesem Projekt. Und das Irre ist, das klappt. Porsche wurde nach einigen Taktieren und auch durch die politische Protektion wirklich von Hitler, der das durchgedrückt hat, tatsächlich zum alleinigen Konstrukteur, und die Automobilindustrie lieferte dir die Finanzen, ohne sich groß einmischen zu können. Dieser ganze Prozess ist ein wahnsinnig spannender Wirtschaftskrimi, den ich hier nicht mehr anreißen kann, aber ich verlinke unten dieses Buch hier, in dem das trotz der großen Komplexität sehr gut dargestellt ist und diese Darstellung ist auch die Grundlage für ganz viel von dem, was ich hier erzähle, also kann ich sehr empfehlen. Der Kübelwagen und der VW sind natürlich nur ein oder zwei Kapitel, aber das ganze Buch ist wahnsinnig spannend. Es gibt auch ein komplettes Kapitel über Panzerbau, da sollten Sie sich wirklich in Erwägung ziehen. So, also, wir bekommen das jetzt hin? Nein, anders, nicht wir. Porsche bekommt es hin, er ist am Ziel, er darf im Auftrag Hitlers seinen Volkswagen bauen, die Automobilindustrie muss ihm zuarbeiten. Er ist damit über Umwege am Ziel. Er hat nicht direkt den Staat als Financier, aber das ist für ihn wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem, denn eine staatliche Alimentation hätte ja auch staatliche Kontrolle bedeutet. Und jetzt sitzt er ja zwischen Politik und Industrie und hat aber trotzdem alle Fäden in der Hand. Übrigens, in der Phase hätte kurz zuvor die Firma Opel beinahe noch alles verhindert, was wir heute als den Volkswagen kennen. Die Firma kündigt nämlich genau in dieser Zeit, in der das Volkswagen-Projekt, also die Frage, wie machen wir das, wer baut, wer finanziert und so weiter, in dieser Zeit kündigt Opel an, dass sie bald einen eigenen Kleinwagen fertigstellen würden, der allen Maßgaben Hitlers entsprechen würde. Aber natürlich ohne das Risiko des Projektes von Porsche, weil es die Firma Opel ja schon gibt, mit all den Fertigungsstraßen und Patenten und so weiter. Und die Automobilfirmen waren mit der Rolle Porsches und Hitlers Forderung an die Autobauer hoch unzufrieden und versuchten, das ganze Volkswagen-Projekt und Porsche zu stoppen oder zumindest zu beeinflussen. Aber Opel war für diese Gruppe von deutschen Automobilbauern ein noch roteres Tuch. Röteres Tuch? Roteres Tuch? Also noch schlimmer. Erstens, weil die Marke seit 1931 zu General Motors gehörte und als amerikanisch betrachtet wurde, also ausländisch und deswegen erstmal grundsätzlich aus dem Club raus. Und zweitens, weil Opel mit einem fertigen Produkt auf jeden Fall die Gunst des Diktators gewonnen hätte und enorme Gewinne einkassiert hätte. Die seltsame Konstruktion des Porsche-Projektes nervte die ganzen deutschen Autobauer zwar, aber zumindest waren sie beteiligt und sie konnten hoffen, an dem Erfolg zu partizipieren. Spoiler, das wird nicht passieren. Spoiler Ende. Also, nur weil sich der Rest der Autolobby grummelnd hinter Porsche versammelte, um Opel rauszuschießen und weil Hitler das so verlangte, wurde dieses Projekt zum Volkswagen. Also Porsches Volksauto wird jetzt zu dem Volkswagen. Jetzt können sie langsam wirklich über den Käfer nachdenken. Denn die Voraumgebung und so weiter ist schon da. Ab jetzt reden wir von diesem Volkswagen. Im Sommer 1934 bekommt Porsche also endgültig den Zuschlag zur Entwicklung des Volkswagen. Und per politischer Order durfte er sich sogar aller Patente aller deutschen Firmen bedienen. Was zwei Sachen zeigt. Einmal, wie er den Maßnahmencharakter des Staates, dass es einfach so verfügt werden kann. Patentrecht, was schert es mich? Benutzt, was du willst. Und zweitens, die Idee der Volksgemeinschaft, dieses Konstrukt Volksgemeinschaft der Nationalsozialisten, weil es der Logik folgte, zu sagen, naja, wenn wir eine Volksgemeinschaft, wie gesagt, im rassistischen Sinne, Ausschluss der Juden, Ausschluss der Minderheiten, übrig bleiben die arischen Deutschen. Wenn wir das werden wollen, dann müssen wir auch intern anders funktionieren. Und es kann nicht sein, dass Deutsche anderen Deutschen Patente vorenthalten, um mehr Gewinn zu machen. Und deswegen verfügen wir politisch, dass die Patente von Porsche benutzt werden können, unabhängig von allem Patentrecht. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil das eine Form von Rassepolitik ist, die man erstmal durchschauen muss, dass das da letztlich hinter steht. Der Reichsverband der Automobilindustrie, der RDA, versuchte zwar, Porsche an der Leine zu halten und vielleicht noch das ganze Volkswagen-Projekt irgendwie sterben zu lassen. Aber diese Einhegung, diese versuchte Einhegung, scheiterte daran, dass der politische Druck viel zu hoch war von Seiten der Nationalsozialisten und daran, dass die Autobauer sich natürlich auch untereinander spinnefeind waren, weil es eben Firmen waren, die in Konkurrenzkampf standen. Der Reichsverband versuchte auch, Porsches Ego im Zaum zu halten. Man hat sich gedacht, naja, wenn wir das schon machen, dann müssen wir wenigstens den Volkswagen, der ja durchaus auch erfolgversprechende Aspekte hatte, den müssen wir dann wenigstens als Gemeinschaftsprojekt nach vorne gehen. Also wir, der Reichsverband der Automobilindustrie, haben das gebaut für den Reichskanzler und Porsche hat da mitgemacht. Aber in der Kommunikation hat Hitler das immer genau umgedreht und schob immer wieder Porsche als Einzelperson nach vorne. Und es ist auch wieder logisch nach der NS-Ideologie, die ja die Tat des Einzelnen und das Genie des Einzelnen nach vorne kehrt. Durchaus auch mit der Gemeinschaft als Produktion, das ist ja die Paradoxie und die Ironie dieser ganzen Idee, aber den Helden, das Genie, den Einzeltäter im Sinne von eine Tat vollbringen, der war für das NS-Regime sehr wichtig und deswegen wird Porsche nach vorne geschoben als Identifikationsfigur. Also die Entstehung des Volkswagen danach, wir verlassen jetzt mal die wirtschaftspolitische Vorgeschichte, die konkrete Entstehung des Volkswagen ist dann recht holprig, was vor allen Dingen an Porsches Arbeitsweise liegt, die vielfach als tüftlerisch und wenig stringent bezeichnet wird. Also er bastelt wirklich in seiner Garage rum am Anfang. Aber im Juli 35 ist dann ein erstes noch fahruntaugliches Versuchsmodell fertig und in der Folgezeit werden drei verschiedene Karosserie-Typen mit drei verschiedenen Mototypen getestet. Technisch gesehen ist zu dem Zeitpunkt ziemlich offen, wie der Volkswagen werden soll, weil Porsche eben dieser Tüftler ist, der mit allen möglichen Ideen gleichzeitig tüftelt, um sich keine Tür zuzuschlagen. Entschuldigung. Und deswegen geht auch alles sehr langsam voran und Hitler und der Reichsverband setzen Porsche zunehmend nur Druck und sagen, hier, werd mal fertig mit deinem Getüftel da und der beugt sich diesen Druck auch und er setzt dann am Ende endgültig auf einen Zweizylinder-Viertaktmotor. Also eine ganz klassische Lösung hinten im Auto, wie man es eben vom Käfer kennt. Und am 29.12.1935 wird dann Hitler ein erstes fahrfähiges Modell vorgeführt. Es folgen noch weitere Entwicklungsmonate. Die ganze Sache zieht sich hin. Und erst von Oktober bis Dezember 1936 geht es dann wirklich an die praktische Erprobung. Dann werden ausgiebige Erprobungen mit drei Prototypen durchgeführt und jedes Fahrzeug wurde über 50.000 Kilometer gefahren, so mit wechselnden Fahrern, durch verschiedene Landschaften und so weiter und so fort, um eben den Dauerbetrieb festzustellen oder zu prüfen. Und im Jahr 1937 folgen dann erste Massenversuche jetzt mit schon 60 Prototypen. Diese werden übrigens gefahren von einem SS-Sturm, also einer SS-Kompanie, mit dem Namen Fahrbereitschaft VW. Und alles zieht sich immer mehr und mehr, und das obwohl Geld eigentlich keine Rolle spielt. Es werden für das Projekt Volkswagen, also für das Projekt den Volkswagen, enorme Summen ausgegeben. Also absolut in realen Zahlen, ebenso wie in Relation zu normalen Entwicklungen. Weil das Regime das Projekt als zentrales, Entschuldigung, als zentrales politisches Projekt betrachtet. Und aus diesem Grund wird in der Zeit auch der RDA aus dem Projekt ausgeschlossen und das Projekt Volkswagen wird nur noch durch den Start vorangetrieben. Also wir erinnern uns daran, der RDA hat damals Opel rausgekickt aus dieser Nummer, weil sie gehofft haben, wenigstens partizipieren zu können. Und jetzt werden sie halt sozusagen leergesaugt, nämlich die Patente und die ganzen Fähigkeiten und Ingenieure genutzt werden. Und als es dann auf die Zielgerade geht, werden sie vom Staat rausgekickt und partizipieren überhaupt nicht. Und statt dass der Volkswagen nun in einem oder in mehreren Werten dieser großen Firmen des RDA gebaut wird, verkündet Hitler nun, dass die Produktion künftig der DAF überlege, äh, obliege, der Deutschen Arbeitsfront. Die DAF war eine riesige Zwangsorganisation, eine staatliche Zwangsorganisation für Arbeiter und Angestellte, die im Mai 1933 gegründet worden war. Sie sollte anstelle der früheren klassischen Gewerkschaften die Interessen der Arbeiter und Angestellten auf eine neue Art vertreten, da sind wir wieder in der, in der Ideologie, nämlich mit dem Ziel, die früheren Klassenkämpfe zu überwinden und so eben eine neue Volksgemeinschaft ohne innere Spannungen, ähm, zu produzieren. Aber schnell wurde klar, dass dies nicht durch eine Interessenvertretung der Arbeiter und Angestellten passieren würde, gegen die Unternehmen, ähm, denn bereits im November 1933, Zitat, wurden alle Hoffnungen auf eine berufsständische oder gewerkschaftliche Interessenvertretung beziehungsweise auf Kompetenzen in der Arbeits- und Sozialpolitik durch die DAF begraben. Stattdessen wurde sie auf die Erziehungs- und Betreuungsfunktionen verwiesen. Und dieses Feld der Erziehung und Betreuung deckte die DAF vor allen Dingen durch die Unterorganisation KDF ab, durch die berühmte Kraft durch Freude, KDF Kraft durch Freude. In der KDF war man als DAF-Mitglied automatisch Mitglied. Dieser Name Kraft durch Freude bezog sich übrigens ausdrücklich auf die Arbeitskraft. Die Arbeitskraft der Menschen sollte durch Freude immer wieder hergestellt werden und die Freude sollte unter anderem durch Reisen gewonnen werden. Die KDF, Zitat, An vielen Ecken und Enten waren die Projekte der KDF bei genauerem Hinsehen ziemlicher Murks. Es gab zudem eine hohe Sozialkontrolle und auch echte Überwachung durch mitreisende Spitzel. Insgesamt hat die KDF im Volk aber einen guten Ruf genossen. Der touristische Individualverkehr als Quelle der Freude, die neue Kraft verleiht, das selber durch die Gegend fahren können, das war die Logik, warum die Produktion des Volkswagens der KDF zugeordnet wurde. Und die DAF als Überorganisation ist deshalb in den Blick geraten oder hat sich selbst in den Blick gerückt durch ihren Führerlei, weil sie gesagt hat, sie sei eine volksgemeinschaftliche Dienstleistungsgesellschaft. Die könne also Dienstleistungen für den Staat bringen. Also, der Staat nimmt das Projekt Volkswagen, als es dann langsam Form annimmt, der Industrie weg, gibt es zur DAF und die gibt es durch an den KDF und so wird es dann eben das neue KDF-Projekt. Als erstes identifiziert man erstmal einen Ort, wo man ein riesiges Werk aus dem Boden stampen könnte. Denn man will sich ja genau nicht auf die Firmen, die es gibt, verlassen. Und man steht ja immer noch in der Arbeitsschlacht, also diesem Versuch durch Maßnahmen, die nicht nachhaltig waren zum größten Teil, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, Produktion und Produktivität vorzutäuschen oder auch umzusetzen, das ist eine kompliziertere Geschichte. Und man wollte Strukturen schaffen, die eben auch für den Krieg nützlich sind und so entsteht eben dieses Volkswagen-Werk. Und die Wahl des Ortes fällt auf eine komplette grüne Wiese, weil es halt riesig werden soll, es wird auch riesig, dass Volkswagen wird, bei Fallersleben. Und dort bei Fallersleben entsteht das Volkswagen-Werk und direkt daneben am Reißbrett eine Stadt, die dazugehörte, das heutige Wolfsburg. Aber die Stadt hieß damals ganz lyrisch Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben. Und damit ist jetzt auch die erste Umbenennung geschehen, die ich im Intro beschrieben habe. Aus dem Volkswagen wird jetzt der KDF-Wagen, denn bei der Grundsteinerung des Werkes am 26. Mai 1938 gibt Hitler dem Volkswagen in seiner Rede den neuen Namen KDF-Wagen. Also aus dem Volkswagen als Idee, als Prinzip wird jetzt das Modell KDF-Wagen. In diesem Monat, Entschuldigung, in diesem Jahr, nicht in dem Monat, in diesem Jahr, bezeichnet übrigens die New York Times im Bericht über den KDF-Wagen das Fahrzeug erstmals als Beetle, also als Käfer. Genau der Name, der nachher für das Fahrzeug kulturhistorisch so dominant werden sollte. Also genau wie der Blitzkrieg nicht eine deutsche, wirkliche sprachliche Erfindung ist, ist auch der Käfer ein Import aus dem Ausland. Also jetzt ist klar, der Volkswagen ist der KDF-Wagen, ist der Käfer. So weit, so gut. Im selben Jahr 1938 startet eine Kampagne zur Kreditfinanzierung. Das war der andere Grund, warum die KDF überhaupt im Boot war, dass man über diesen Weg das Geld gut kanalisieren konnte an bestimmten Verwaltungspunkten vorbei. Die Arbeiter, die einen KDF-Wagen erwerben sollten, sollten regelmäßig 5 Mark, 5 Reichsmark einzahlen. Und wenn man dann eine bestimmte Summe zusammen hatte, ich glaube 750 waren es, von den magischen 1000, die ja immer die Schallgrenze dargestellt haben, das Auto sollte nicht mehr als 1000 Mark kosten, dann hat man Anspruch, so einen Wagen zu bekommen. 1939, so wurde versprochen, sollte die Serienproduktion beginnen. Und wenn man sich überlegt, wer kauft denn das, wie war denn die Stimmung, wollten die Leute das haben? Man kann die Aufregung um dieses Auto nicht überschätzen. Ein sozialdemokratischer Beobachter schrieb 1939 an den SPD-Vorstand im Exil, also zwei Parteien, die nun wirklich der propagandistischen Überhöhung unfertigt sind, schrieb also zum Thema KDF-Wagen, Zitat, Für eine große Zahl von Deutschen bedeutete die Ankündigung des Volksautos eine große freudige Überraschung. Es entstand eine wahre KDF-Wagen-Psychose. Lange Zeit war in Deutschland innerhalb aller Schichten der Bevölkerung der KDF-Wagen ein Hauptgesprächsthema. Alle anderen bedrückenden Probleme, die innen- und außenpolitischen, wurden eine Zeit lang in den Hintergrund gedrängt. Der graue deutsche Alltag versank unter dieser Zukunftsmusik. Wo in Deutschland auf ihren Fahrten die Probewagen der neuen KDF-Konstruktionen auftauchten, wurden sie von der Menge umlagert. Der Politiker, der jedem Menschen ein Auto verspricht, ist, wenn die Masse seinen Versprechungen Glauben schenkt, der Mann der Masse. Was den KDF-Wagen angeht, so glaubt das deutsche Volk den Ankündigungen Hitlers. Zitat Ende. Mit dem Beginn des Krieges 1939 wird die gerade langsam anlaufende Produktion des KDF-Wagens zugunsten der Rüstungsindustrie aber gestoppt. Einige wenige Exemplare des KDF-Wagens sind bis dahin produziert worden, in Handarbeit quasi noch, weil die Produktion, oder die ganze Produktionstraße noch gar nicht wirklich fertig war. Aber diese Exemplare gingen nur an Dienststellen, an Behörden, an Parteifunktionäre. Ungefähr eine Viertelmillion Menschen hatten zu diesem Zeitpunkt aber bereits angefangen, Raten einzuzahlen. Das summiert sich natürlich. Einen KDF-Wagen haben sie dafür niemals bekommen. Auch nicht die weiteren 80.000, die noch dazu stießen, die bis 9. Dezember 1942 noch Sparverträge eingingen. Der KDF-Wagen wird nämlich während der Kriegsdauer überhaupt nicht gebaut. Viele Millionen Reismark liegen die gesamte Kriegsdauer unangetastet auf einem Sparkanto bis zum Kriegsende und es passiert nichts. Die Menschen werden auch nach dem Krieg für diese Zahlungen nicht wirklich entschädigt. Volkswagen gibt es dann ja später als Marke, da werden dann Gerichtsprozesse geführt. Das führt jetzt hier zu weit, finden Sie auch alles bei Wikipedia schön aufgelistet. Also das Geld ist im Prinzip weg. Der KDF-Wagen, zusammengefasst, wird also vorangedacht, vorgedacht, dann entwickelt, die Produktion geht los, das Geld wird schon mal eingesammelt und dann scheitert das gesamte Projekt, weil der Krieg ausgelöst wird. Was aber deswegen passiert, weil der Krieg eben beginnt, ist, dass die militärische Variante des KDF-Wagens, des Volkswagens gebaut wird. Nämlich das Auto, was später unter dem Begriff Kübelwagen berühmt werden sollte. Spoiler! Der Kübelwagen ist vieles, aber er ist kein Kübelwagen. Warum das so ist, erfahren Sie gleich im Teil über den Kübelwagen. Dass der Volkswagen schnell militarisiert werden kann, kann uns jetzt nicht mehr überraschen. Wir haben gerade im ersten Teil gehört, dass die Nutzung als Militärfahrzeug, also Dual Use, wie man es heute nennen würde, ein bestimmendes Charakteristikum des Fahrzeugs war. Nicht das einzige, nicht das bestimmendste, aber eben ein wichtiger Aspekt. Und Porsche hatte während der gesamten Zeit zwischen 1934 und 1939 auch ständigen Kontakt zum Heereswaffenamt, um einen Fuß in der Tür zu haben bei der Wehrmachtsrüstung. Denn die Wehrmacht war ein wichtiger Auftraggeber, wenn es um Kraftfahrzeuge ging. Auto- und Motorradbauer waren gut beraten, sich den militärischen Markt immer warm zu halten, weil da eben große Absatzzahlen lockten und Porsche tat genau das. Und das zahlte sich aus. Bereits im März 1935, also in der Zeit, wo der Volkswagen ja aus dem Papier erst entsteht, war Porsche vom Heereswaffenamt unter strengster Geheimhaltung kontaktiert worden. Denn das Heereswaffenamt, also HWA, sage ich jetzt mal kurz, das HWA informierte ihn, dass ein Kleinwagen grundsätzlich für die Wehrmacht dann interessant wäre, wenn er drei Soldaten samt Ausrüstung sowie ein schweres Maschinengewehr durch das Gelände bringen könnte. Solche Wagen sollten nämlich in den projektierten, in den angedachten motorisierten Verbänden die schweren Motorräder ablösen. Diese waren in der Wehrmacht vielen gebraucht. Es ging also wirklich um beträchtliche Stückzahlen. Die schweren Motorräder waren aus diversen Gründen, wurden sie langsam als veraltenes System angesehen. Ein Auto hätte Vorteile, da sprechen wir gleich noch drüber, die es dem Motorrad gegenüber überlegen machen. Aber wichtig war, es mussten drei Soldaten mitkommen mit Maschinengewehr und Ausrüstung, sonst hätte das System nicht genug Krankenkraft. Beide Seiten, Porsche und das HWA, blieben in Kontakt. Und als der Volkswagen 1937 seine Bewährungsproben abgelegt hatte, war der Übertrag in die militärische Sphäre der nächste logische Schritt. Im Januar 1939 wird zwischen Porsche und HWA diese Konversion beschlossen. Und hier wird nun ein neuer Weg beschritten. Denn eigentlich will die Wehrmacht, wie vorher auch die Reiswehr, dass alle ihre Pkw mit Allradantrieb ausgestattet sind. Als Geländewagen sollen sie über die entsprechende Power verfügen, sich auch durch schwerstes Gelände wühlen zu können. Naja, schwer ist es jetzt nicht, aber auch durch schweres Gelände. Ein Allradantrieb ist aber immer komplex und damals auch schwer. Der Volkswagen bestach nun aber durch eine Einfachheit und seine darin begründete Leichtigkeit. Der Volkswagen oder KDF-Wagen war ein extrem einfach gebautes Fahrzeug. Also lassen Sie sich nicht erzählen, dass es wieder so ein Beispiel von German Overengineering wäre. Das sieht man in einer Folge von Combat Dealers sehr schön, wenn Sie die Serie kennen. Da wird ein Jeep gegen einen Kübelwagen in Stellung gebracht. Und dann gibt es die Erzählung, ja, das deutsche Fahrzeug ist super overengineert. Das Gegenteil ist der Fall. Porsches Leistung beim Volkswagen bestand darin, das Fahrzeug unglaublich einfach zu bauen und unglaublich leicht zu bauen. Was im Prinzip, also einfach im Sinne von eine simple Konstruktion. Da hinzukommen war schwierig, aber das Ergebnis war simpel und leicht. So, also, die Idee war jetzt, dass der Volkswagen auch im militärischen auf den Allradantrieb verzichten könnte, weil er eben schnell und leicht genug sei und agil genug sei deswegen. Und daher wird der Versuch gewagt, das Fahrzeug eben nicht mit Allrad auszustatten, obwohl es ein paar militärische Volkswagen mit Allradantrieb gibt, aber es ist eine Sonderversion. Sondern die Idee ist, dass der militärische Volkswagen auch auf Leichtigkeit und deswegen Mobilität setzt. Das maximale Gewicht wurde mit 950 Kilogramm festgelegt, also unter einer Tonne. Davon waren aber bereits 800 Kilogramm belegt. Für das Chassis mit den Reifen, also mit den Rädern, für die Soldaten, die Ausrüstung, das musste alles mitkommen. Der Aufbau, also wir haben jetzt wirklich nur die Bodenplatte, Motor, Getriebe, Lenkung und die vier Räder. Der gesamte Aufbau durfte nur 150 Kilogramm wiegen, damit diese Agilität, diese Leichtigkeit erhalten bleiben würde. Und dieser Aufbau, der muss erst entwickelt werden, weil es eine Konstruktion werden würde, die deutlich leichter war als alles andere, was damals im Automobilbau verwendet wurde. Das kriegen Sie aber hin. Porsche tut sich da mit Karosseriebauern zusammen, hat auch eigene Ideen. Und die ersten Exemplare sind als Volkswagen Typ 62 dann in die Welt gekommen. Und die haben noch die runden Formen des KDF-Wagens und damit eben auch des späteren Käfers. Daran sind sie angelegtes, also sozusagen ein Militärkäfer. Aber sie schaffen es nicht ganz. Die Formgebung führt nicht zum Gewichtsziel. Und deshalb wird nun dieser Kastenaufbau entwickelt, den wir alle als typisch für den Kübelwagen kennen, der extrem leicht ausgeführt werden kann, der aber auch extrem leicht zu bauen ist und deswegen sehr günstig ist. Der wird das stilprägende Element dieses Auto und damit ein stilprägendes Element der gesamten Wehrmacht. Also während der KDF-Wagen slash Käfer durch seine Rundung überzeugt, kennen wir, oder nicht überzeugt, das meine ich jetzt nicht, sondern während wir beim Käfer eben seine Rundung als typisches Merkmal kennen, hat sein militärischer Zwilling diese harten Kanten als typisches Merkmal. Das ist designtechnisch schon ganz interessant. Also man nimmt weiterhin dieses Chassis, baut ja jetzt anstatt einer runden Militärform diese eckige Militärform rauf. Und diese Fahrzeuge, die heißen Typ 62-2, um sie eben von dem runden Typ 62-1 abzugrenzen. Und diese neuen Volkswagen, 62-2, werden jetzt in einen Vergleichstest, oder in ganz viele Vergleichstests geschickt, mit einem leichten Einheits-Pkw, so heißt das, der Wehrmacht, der über Allradantrieb verfügte, wie ihn die Wehrmacht ja eigentlich für alles haben will. Dieser Einheitswagen war aber ziemlich teuer, er war schwer und er war auch störungsanfällig. Der Kübelwagen, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, damit wir über das selber reden, also der VW 62, aber ich benutze das Wort Kübelwagen jetzt auch, weil Sie es eben kennen, deswegen sind Sie ja auch hier. Der Kübelwagen hat wie gesagt keinen Allradantrieb und übrigens auch nur die halbe Motorleistung. Aber er ist gleichzeitig so leicht und robust und dadurch agil, dass das wenig Unterschied macht. Das Fahrzeug absolviert die Aufgaben im Gelände mit Bravour. Das heißt, wir haben jetzt einen Fahrzeug, den Volkswagen Typ 62, den Kübelwagen, der billiger und einfacher ist in der Produktion als der Einheitswagen und einfacher in der Wartung. Beides wichtige Aspekte für den modernen Krieg. Sie bringen immer die gleiche Leistung, also fällt die Wahl auf den Militär-Volkswagen, auf den Kübelwagen. Diese neuen Wagen werden am 13. September 1939, also zwölf Tage nachdem das Deutsche Reich Polen angegriffen hat, den für die Heeresmotorisierung zuständigen Abteilungschef im Heereswaffenamt vorgeführt, Entschuldigung, im Heeresamt vorgeführt und das Fahrzeug findet grundsätzlich Anerkennung. Die Wehrmacht will aber noch einige kleine Änderungen. Unter anderem muss es etwas mehr Bodenfreiheit geben, damit auch diese Agilität ausgenutzt werden kann, größere Kotflügel, weil sie mit schwererem Geländerechten als Porsche und sie wollen, dass das Reserverad auf der Front platziert wird, um unten Raumfreiheit zu machen. Und das, das ist dann der endgültige VW 82, das ist dann das Fahrzeug, was wir als Kübelwagen kennen. Und auch im November 1939 wird die erste Bestellung über 600 dieser Fahrzeuge unterschrieben. Die Wehrmacht übernimmt im Dezember 1939 die ersten Kübelwagen und ab Sommer 1940 läuft die Produktion richtig an. Die Firma AmbiBad in Berlin fertigte die Karosserien und schickte sie dann per Zug in die Stadt des KDF-Wagens, heute Wolfsburg, wo im Volkswagenwerk die Fahrgestelle produziert werden. Also Fahrgestelle Stadt des KDF-Wagens und Karosserien von AmbiBad. Und dort wurde beides dann zusammengeschraubt und montiert und der Volkswagen endgefertigt. Eine richtige Massenproduktion wurde daraus aber auch im Verlauf des Krieges nie. Das Volkswagenwerk wurde nicht wirklich auf moderne Kriegsproduktion umgestellt und erreichte immer nur Teile seiner möglichen Kapazität. Es wird später in den Berichten der Alliierten dafür wahnsinnig gelobt, dass modernste Maschinen da sind. Also bei der ganzen Anschaffung wurden eben keine Kosten gescheut. Aber diese Umstellung wirklich auf Kriegsproduktion erfolgt nie in Gänze. Typisches Beispiel für die NS-Wirtschafts- und Industriepolitik. Und der Kübelwagen wird auch nun einem Teil des Werkes hergestellt. Rundherum wird alles mögliche andere gebaut. Also der Kübelwagen wird in einigen Werkzeilen gebaut. Und rundherum werden Minen gebaut. Es werden Bauteile für Flugzeuge gebaut. Es werden Panzerabwehrwaffen gebaut. Es wird Tauchausrüstung für Panzer gebaut. Es werden Abwurftanks für Flugzeuge gebaut. Es werden Behelfsöfen gebaut. Es werden sogar die ersten Chargen der V1-Raketen gebaut. Dementsprechend gering sind auch die Produktionszahlen des Kübelwagens. Insgesamt wurden nur so rund knapp 51.000 Kübelwagen produziert. 51.000 klingt ja gut, klingt nach einer ganzen Menge. Zum Vergleich, der Jeep, der in der US-Armee die gleichen Aufgaben erfüllte, wurde fast 650.000 Mal gebaut. Auch der Kübelwagen wurde mit einem signifikanten Anteil von Zwangs- und Sklavenarbeit produziert. Sogar einem riesigen Hohenanteil. Von Sommer 40 bis Frühling 45 mussten in der Rüstungsproduktion des Volkswagenwerkes ungefähr 20.000 Menschen Zwangsarbeit leisten. Davon waren ca. 5.000 Menschen KZ-Häftlinge. 1944 wird auch in direkter Nähe des Werkes das KZ-Außenlager Lagberg eingerichtet, das zum Stammlager Neuengamme gehört. Und es ergänzt diverse andere Zwangsarbeiterinnen und Straflager um das und auf dem Gelände selber. In diesem Jahr 1944, wo ich gerade mal hingesprungen bin, stellten diese Menschen zwei Drittel der Arbeitskraft im Volkswagen wert. Von den 17.365 Angestellten standen 11.333 Personen in verschiedenen Formen der Zwangsarbeit. Im Verlauf des Krieges wird das Fahrzeug dann, der Kübelwagen, zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Wehrmacht. Vor allen Dingen ab 1941 wird der Kübelwagen immer wichtiger, weil im Gelände der Sowjetunion die Krabbgespanne, also diese schweren Motorräder mit Beiwagen, wirklich in ihre Grenzen kommen. Diese Kräder werden für alles Mögliche eingesetzt, aber sie werden vor allem in der Aufklärung durch Kübelwagen ersetzt, weil sie das Gelände besser meistern tatsächlich durch die Gewichtsverteilung, die breiteren Reifen. Sie bieten Schutz für die Umwelt, was dazu führt, dass die Soldaten erstens länger gesund bleiben, aber auch länger kampfkräftig und aufmerksam bleiben. Und sie können große Strecken einfach weniger erschöpfend bewältigen. Eine lange Fahrt im VW-Kübelwagen ist weniger erschöpfend als eine lange Fahrt auf so einem Motorradgespann. Sie dehnen in der Grundversion, aber auch sonst für alles Mögliche in dieser Armee. Die fahren überall rum und sie machen alles. Und weil das Fahrzeug so zuverlässig ist, entstehen etliche Varianten vom ursprünglichen grundsätzlichen Kübelwagen. Unter anderem ein Vermessungswagen, ein Funkwagen, ein Sirenenwagen. Sie werden als Panzerattrappen genutzt. Es gibt einen Kastenwagenaufbau, es gibt einen Kommandeurwagen, es gibt Werkstattwagen und noch einige andere. Der Kommandeurwagen hatte übrigens nicht nur Allradantrieb, sondern auch die moderne, formschöne Karosserie des ursprünglichen KDF-Wagens. Warum war das so? Weil es beim Umherfahren von hochrangigen Offizieren nicht darum ging, möglichst Kosten- und Gewichtssparen zu produzieren, wurden diese 600 Fahrzeuge eben schwer und teuer ausgeführt, mit Allrad und schöner Form, damit die Kommandeure mit Stil reisen konnten. Der kantige Kübel für die einfachen Soldaten bewährte sich, wie gesagt, überall. Und der luftgekühlte Motor, Sie erinnern sich, der mit militärischer Motivation eingebaut worden war, wird wirklich bei den Einsätzen in den verschiedenen Klimaregionen zum großen Vorteil. Er funktioniert von Afrika bis Norwegen unter allen Witterungsbedingungen, benötigt keinen Frostschutznachschub, verzeiht Beschoss, mehr als wassergekühlte Motoren. Das Fahrzeug ist in seiner gesamten Konstruktion, dadurch, dass es einfach zu reparieren ist, dass es zuverlässig ist, dass alles immer funktioniert, das Fahrzeug ist uneingeschränkt beliebt. Die positiven Eigenschaften des Kübelwagens werden durch Zehntausende von Soldaten kennengelernt und weitergegeben. Was natürlich eine Art Werbung für den KDF-Wagen ist, den die Zeitgenossen ja nach einem künftigen Sieg zu kaufen erwarteten. Also die dachten ja, sie kriegen ihren KDF-Wagen noch. Interessanterweise sprach die Propaganda daher auch immer vom Volkswagen, anstatt in Kübelwagen und KDF-Wagen oder Typ 82 und KDF-Wagen zu unterteilen, weil so die Idee gestärkt wird des Volkswagens, ob er jetzt militärisch sei oder zivil, was wiederum der NS-Ideologie super entgegenkommt, das Verschwimmen von Zivilsphäre und Militärsphäre im Krieg. Interessanterweise wird dadurch natürlich auch die Firma Volkswagen, die nach dem Zweiten Krieg entsteht, mit Vorschusswerbung versorgt, weil natürlich diese ganzen Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen, ihre positiven Konnotationen mit dem Volkswagen, der so zuverlässig ihnen gedient hat, der Kamerad Kübelwagen, wie es manchmal hieß, das nehmen die ja mit in die Bundesrepublik und nachher, als dann der Volkswagen der Käfer vom Band läuft wirklich, dann wissen sie, was sie kriegen. Man darf sich keine Illusionen darüber machen, ob das Fahren solcher Autos irgendwie ein einfacher Job gewesen wäre. Die Fahrer dieser Kübelwagen sind, wie auch die LKW-Fahrer oder die KD-Fahrer, je nach Ort, Zeitung, Verwendung auch großen Strapazen und ganz oft Todesgefahren ausgesetzt gewesen. Und das wird allzu leicht vergessen, wenn man sonst immer nur an die Geschütze, an die Panzer, an die Infanteristen im Gefecht denkt. Die Fahrer waren auch immer sehr weit vorne mit dabei, oft mitten im Gefecht. Und das Oberkommando des Heeres bemerkt, dass die zehntausenden Kraftfahrer eben auch enorme Anstrengungen und auch hohe Verluste an Toten und Verwundeten haben. 1942 wird daher für die Fahrer von LKW, von Kraftwagen, von Kübelwagen, von Motorrädern das sogenannte Kraftfahr-Bewehrungsabzeichen gestiftet, das bis zum Kriegsende circa 65.000 Mal verliehen wird. Und diese Auszeichnung wurde beispielsweise verliehen für Fahrten unter Feindeinwirkung, besonders hartem Klima, besonders lange Fahrtstrecken. Aber nicht nur für Fahrtleistungen wurde es vergeben, sondern auch für die vorbildliche Wartung und Pflege des Fahrzeuges. Also hier wurde ein Anreiz geschaffen, ein psychologischer Anreiz geschaffen, dass die Soldaten ihr Material besonders schonend und materialsparend behandeln würden. Keine blöde Idee. Und ebenfalls 1942 bestimmt Hitler dann auch, dass die anderen Modelle leichter PKW auszulaufen haben. Sollte nur noch Volkswagen Typ 82, also der Kübelwagen, gebaut und genutzt werden. Eine radikale Typenvereinfachung, die bei anderen Dingen so oft nicht gelingt. Und natürlich ein Triumph für Porsche. Während des Krieges gab es neben den oben genannten regulären Varianten auch noch andere Prototypen, die teilweise radikale Veränderungen vorseien. Das ist ja typisch für die Wehrmacht, dass jedes Fahrzeug genommen wird und man guckt, was man damit machen kann. Der Kübelwagen wurde beispielsweise als Typ 155 mit verschiedenen Raupen an der Hinterachse ausgestattet, statt Rädern, um für Schneegelände gängig zu werden. Aber hier gab es ernsthafte Probleme mit der Lenkung, deswegen wurde es nie umgesetzt. Dabei wurde auch versucht, wie die Auswirkungen sind, wenn man die Vorderäder auf Schneekufen stellt. Spoiler, man fährt besser, aber man lenkt noch schlechter. Es gab auch Versuche, das Fahrzeug zu einem Motorschlitten zu machen, in dem das Fahrzeug auf der Wanne rutschen sollte und Greiferräder das Ganze vorwärts bewegten. Beide Ideen setzten sich nicht durch, aber eine andere Idee wurde umgesetzt und die war sogar relativ wichtig. Im Sommer 1943 kam man auf die Idee, dass man den Kübelwagen doch schienengängig machen könnte. Also so zu verändern, dass er auf Bahnschienen fahren könnte. Die Idee war, dass das Fahrzeug, das natürlich schon gut fährt, die riesigen Distanzen an der Ostfront, besonders unter schlechten Wetterbedingungen, noch materialschonender und noch sicherer zurücklegen könnte, wenn es eben auf Schienen führe, statt auf Rollbahnen und auf Straßen oder auf offene Gelände. Dieses Ziel wird mit sehr leichten Mitteln erreicht. Es werden vier Spurkranzscheiben ausgegeben zu 15 Kilogramm als Paket pro Wagen, also vier pro Wagen. Und diese werden innen an die Räder montiert, also Räder ab, Scheibe rauf, Räder auch wieder rauf, alles festziehen, dauert ungefähr circa zehn Minuten. Dann kann der Kübelwagen auf diesen Spurkranzscheiben auf das Gleis rauf fahren, klingt sich da ein oder liegt dann richtig auf und kann auf den Schienen durchs Gelände fahren. Und das wird ab 1944 auch genutzt. Eine andere Variante wird im September 1944 auch noch entwickelt, also jetzt sind wir schon kurz vor Kriegsende, der VW Typ 276. Und hier war die Idee, den Kübelwagen so mit Protzen zu versehen, also Entschuldigung, so mit Haken zu versehen, dass er als Protze für Munitionsanhänger und Panzerabwehrkanonen im Team dienen konnte. Logisch, aber die Idee kam zu spät und es hat nicht mehr funktioniert bis zum Kriegsende. Übrigens wechseln natürlich im letzten Kriegsjahr nach der Invasion der Westalliierten besonders viele Kübelwagen den Besitzer. Also wir haben ja Ostfront, Italien und Westfront. Und die US Army erbeutet in Italien und an der Westfront so viele Kübelwagen, dass das US War Department ein eigenes Handbuch rausgibt. Also das Handbuch beschreibt, als wäre es eigenes Material, das Gerät an sich, den Betrieb, die Pflege, die Reparatur an Wehrmacht-Kübelwagen, die durch die Amerikaner erbeutet worden waren. In der Nacht vom 10. auf den 11. April wird das VW-Werk besetzt und die Produktion des Kübelwagens endet, nachdem noch im 9. April 50 Fahrzeuge fertiggestellt und an die Wehrmacht übergeben worden waren. Und nach dem Kriegsende endet auch der militärische Einsatz des Kübelwagens in der richtigen Form. Es gibt noch so eine kleine Episode mit britischen Varianten und so weiter, aber das lassen wir jetzt mal weg. Denn auch wenn in der Nachkriegszeit diverse Fahrzeuge in diversen Armeen offensichtlich vom Kübel inspiriert worden waren und teilweise auch denselben Spitznamen erhalten haben, ist das Modell selber nie wieder in Dienst gestellt worden. Nach dem Weltkrieg trat mit dem Käfer dann natürlich der Stammvater des Kübelwagens seinen globalen Siegeszug im kommerziellen Zivilleben an. Jetzt zum Ende des Videos wird es dann auch Zeit, die eben angeteaserte Frage zu lösen. Der Kübelwagen ist ziemlich viel, aber er ist eines nicht, er ist kein Kübelwagen. Warum? Ich muss ganz kurz ausholen, weil das zum Verständnis ganz cool ist, ist grundsätzlich interessant und hilft uns dann bei der Frage gleich weiter. Also, die Pkw der Reichswehr und später der Wehrmacht hatten ganz oft zwei sichtbare Kennzeichen, die man so kennt, aber die einem vielleicht nicht aufhören, bis man es mal gesagt bekommt. Also mir ging das ganz lange so. Sie hatten fast alle ein abklappbares Verdeck und sie hatten keine Türen. Warum war das so? Das abklappbare Verdeck diente dazu, die Kraftwagen weniger anfällig gegen Fliegerangriffe zu machen. Denn die ganzen Zivilautos hatten natürlich geschlossene Verdecke, oder nein, nicht alle, aber im Regelfall gab es eben ein geschlossenes Verdeck gegen den Regen und gegen den Wind. Und die Fahrzeuge des Zivilmarktes mit diesem Himmel, mit diesem Dach, hätten die Beobachtung des Luftraumes schwierig gemacht. Eine nach oben offene Konstruktion machte die kontinuierliche Beobachtung des Luftraumes wesentlich einfacher. Und überhaupt erst möglich. Und die Türen wurden entfernt, um ein schnelles Absitzen der Soldaten unter Feuer zu ermöglichen. Und es ist auch egal, ob dieses Feuer aus der Luft oder vom Boden her kam. In der Hektik der Lebensgefahr sollten die Soldaten nicht erst mit Türgriffen rumfummeln müssen, um das Fahrzeug verlassen zu können, sondern wenn der Beschuss losgeht, sollte man sich einfach aus dem Auto rauswerfen können. Nun waren aber die Türen dann ja weg und damit auch der seitliche Rausfallschutz. Und um diesen sicherzustellen, also dass man sicher im Auto bleibt während der Geländefahrt, kam ein weiteres drittes Merkmal dazu als Kompensation, nämlich die Kübelsitze, die wir hier im Bild mal deutlich sehen. So, Kübelsitze waren Sitze mit einer nach hinten abgesenkten Sitzfläche mit deutlichen Seitenwänden, indem man so richtig mit den Hintern reinrutschte, eben wie in ein Kübel in einen Eimer rein. Und diese Konstruktion sollte dann den Körper, und hat es auch, ausreichend gegen das Herausfallen zu den Seiten sichern. Diese ganzen Wagen ohne Türen und Dächer erhielten also Kübelsitze als Ersatzleistung. Und so entwickelte sich der Gedanke oder der Begriff des Kübelsitzwagens als normaler Begriff für Geländewagen, weil sie alle solche Sitze hatten. Also das ist so ein typischer Übertrag eines Namens, so wie für viele Leute auch Geländewagen Jeeps sind, da kommt es von der Marke, hier sind es eben Kübelwagen. Solche Autos sind Kübelwagen. Der Kübelwagen, VW Typ 82, war aber kein Kübelwagen. Wir erinnern uns, die Gewichtsgrenze für den Typ 82 war ja mega eng bemessen. Kübelsitze sind aber in ihrer Konstruktion schwer, damit sie eben den Mann halten können. Zu schwer für die Gewichtsgrenze des Typ 82. Und deswegen hat der Typ 82 dann wieder sehr leichte Sitze und gegen das Herausfallen hat er plötzlich dünne Türen. Weil aber in den zwei Jahrzehnten vor der Einführung des Kübelwagens der Begriff Kübelwagen sich für alle leichten Geländewagen durchgesetzt hatte, wurde auch der Typ 82 so genannt. Details hin oder her. Also ob er jetzt einen Sitz hat oder nicht. Und weil er sich so erfolgreich gegen alle anderen Modelle von Geländewagen durchsetzte, wurde er in Erinnerung eben der Kübelwagen. Obwohl er streng genommen nicht mal ein Kübelwagen war. Vielen Dank.